Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, eine der größten Aktionärsgemeinschaften in Deutschland. Mein Name ist Paul Petzlberger und mit mir heute dabei Florian König, Investor und auch Selbstgründer. Hallo Herr König, vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet sind. Servus, vielen Dank für die Einladung. Wir haben vor, auf diesem Kanal öfters mal Videos mit Herr König zu IPOs hochzuladen. Also für alle, die unseren Kanal noch nicht abonniert haben, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Wir hatten bereits Anfang des Jahres schon ein Video zum IPO von Vantage Towers mit Herr König hochgeladen. Und heute haben wir uns, denke ich, auch eine spannende Aktie rausgesucht, nämlich das Unternehmen About You. Der IPO, der war bereits vor einigen Monaten, aber ich denke, das heutige Video ist besonders spannend, da der Aktienkurs jetzt auch so ein bisschen zurückgekommen ist, doch ein gutes Stück. Aktuell so um die 20 Euro und darum umso spannender, heute mal einen Blick auf den großen IPO About You zu werfen. Bevor wir auf die Bewertung eingehen, Herr König, können Sie uns die Gesellschaft und auch so ein bisschen die Entwicklung vorstellen? Aber gerne, About You ist ein Modeunternehmen, was sich auf die Fahne geschrieben hat, irgendwann mal die Nummer 1 global werden zu wollen. Das ist eine ganz spannende These und diese These musste sich auch nach dem IPO nochmal vor Augen führen, weil so wie mir es zu Ohren kam, war so ein bisschen die Motivation auch weg von der Belegschaft. Und da wurde nochmal ein großes Meeting gemacht, da wurde nochmal die Vision an die Tafel geworfen, wo will About You bald stehen? Und so halt nochmal ein bisschen Dynamik in der Belegschaft zu entfalten. Das ist aus meiner Sicht wichtig, aber die Zahlen hinter About You sind auch schon ganz gut. Also wir haben hier zum einen ein Unternehmen, was bekannt ist im Vertrieb von Modeartikeln. Da aber für die jüngere Zielgruppe, das heißt die Zielgruppe zwischen 16 und 25. Hier hat man einen USB herausgebildet, hier arbeitet man hauptsächlich mit Influencern. Das klappt ganz gut. Wer zum Beispiel LeGerre kennt, LeGerre ist eine eigene Kreation von About You und von der Lena Gerke. Hier hat man zusammen mit dem Star sozusagen ein eigenes Label aufgesetzt und darf dann diese Modeartikel exklusiv vertreiben. Das ist auch eine Art Adverbs-Vorteil von About You. Dass sie dann halt wirklich exklusiv die Waren in ihren Shop anbieten dürfen. About You hat einen sehr guten Shop. Ich schaue mir da ganz gerne immer das App an, wie das App bewertet ist. Das hat eigentlich auch durchweg sehr gute Bewertungen. Und sie haben im Prinzip alles auf eine eigene Plattform gesetzt. Und diese Plattform ist schon führend, kann man sagen, in der heutigen technologiebasierten Plattformsystem. Und diese Plattform beginnen sie jetzt langsam auch an andere zu verkaufen. Das heißt, die Technologie erstmal, die dahinter steht. Da gibt es zum Beispiel Tom Taylor. Da haben sie kurz einen Vertrag unterzeichnen können. Beziehungsweise auch mit Marco Polo sind sie da schon dabei. Das heißt also, die anderen Marken, die ich jetzt genannt habe, nutzen dann die Technologie von About You. Und About You kassiert im Prinzip dann monatlich oder jährlich Pauschalen. Das ist natürlich an sich ein attraktives Geschäft. Man spricht hier von einer EBITDA-Marge langfristig von mindestens 30%. Und auch jetzt schon ist es deutlich profitabler als das Handelsunternehmen. Handel ist natürlich so, dass man nie wirklich hohe Margen verdienen kann. Also wenn man dann über eine Netto-Marge von 3% drüber weggeht, ist man wirklich schon ein guter Händler. Aber an sich muss man hier sehr kostendiszipliniert arbeiten. Das hat About You auch für sich erkannt. Hat aber auch festgestellt, mittlerweile habe ich so viele Nutzer auf der Plattform. Die Warenkörbe sind groß mit ungefähr 58 Euro. Kann ich das nicht auch anderen zur Verfügung stellen, dass die sich an meine Plattform andocken? Und so hat man die Plattform auch geöffnet. Und man kann dann sozusagen als Dritthändler, will ich mal sagen, da auch die Plattform nutzen. Das ist durchaus ganz spannend. Es sind unterschiedlichste Einnahmeströme, auch mit unterschiedlichen Margen, Profil. Und das Wachstum ist gegenwärtig enorm. Das Wachstum ist enorm. Sie haben es angesprochen. Wir können auch mal ein paar Vergleichszahlen zu Zalando einblenden. Was ich ja auch ganz spannend finde, die Zahlen aktiver Nutzer. Da liegt man ja gar nicht mehr so weit auseinander, wenn man sich hier mal die Relation anschaut. Und das Wachstum, Sie haben es angesprochen, im Umsatz. Das About You hat die Konzernprognose für das laufende Jahr erhöht und erwartet jetzt einen Umsatz zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro. Und das ist natürlich ein enormes Wachstum. So um die 50 bis 60 Prozent müssten das sein. Also da sieht man, dass About You wirklich mit einem großen Tempo, könnte man so sagen, zu Zalando aufholt. Das stimmt. Aber ich muss auch sagen, in den absoluten Zahlen wächst Zalando auch noch mehr. Das heißt, About You wächst von kleinerer Basis, hat hohe Wachstumszahlen, wie zum Beispiel im ersten Quartal 65,5 Prozent im Umsatz. Das meiste Wachstum kommt natürlich außerhalb der Dachregion, also Rest der Welt, will ich es mal nennen. Hier wächst man mit 120 Prozent fast. Und das ist auch die Strategie, dann hier Schritt für Schritt neue Länder hinzuzufügen. Das letzte Land, was sie bespielt haben, war Portugal, davor Griechenland. Das heißt, aktuell bewegen sie schon in Südeuropa und probieren halt Schritt für Schritt ihren Service About You da anzubieten. Das finde ich auch durchaus smart und zeigt auch, dass sie halt langfristige Visionen haben, sozusagen Nummer eins zu werden in Europa. Das heißt, sie müssten auch irgendwann vor Zalando kommen. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Aber generell ist da einiges an Musik drin, einiges an Wachstum. Und wichtig für mich ist auch, dass das Wachstum zwar zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht profitabel ist, aber dass man nicht unendlich Geld aus dem Fenster rausschmeißt, sondern dass man auch die Kosten im Griff hat. Und das ist wichtig für den Händler. Jetzt lohnt sich, denke ich, noch der Blick auch auf eine weitere Grafik, die Aktionärsstruktur. Und ich denke, hier haben wir auch einiges zu besprechen. Also zunächst einmal ganz klar der Otto-Konzern oder die Familie Otto hier noch dominierender Player um die 43 Prozent, wenn man das mal zusammenrechnet. Also sicherlich ein großes Interesse vorhanden, dass sich die Gesellschaft weiter erfolgreich entwickelt. Dann der zweitgrößte Investor, das ist ganz spannend hier, Anders Holch Pofflissen, ein dänischer Milliardär, der selbst einen großen Modekonzern hat, zu dem beispielsweise Vero Moda oder auch Jack & Jones dazugehören. Und ganz spannend, Herr Pofflissen ist auch bei Zalando mit 10 Prozent, also grob 10 Prozent investiert und auch im Aufsichtsrat von Zalando. Also auch ganz spannend, diese Konstellation. Und zuletzt hier das Management und Herr König, wir hatten zuvor gesprochen und da haben Sie auch gesagt, dass das für Sie so ein großer Pluspunkt ist, dass hier das Unternehmen auch immer noch Gründer geführt ist. Ja, und wir sehen es hier auch, dass Management auch nach wie vor investiert bei der Gesellschaft. Absolut, das ist wichtig, dass das Management mit uns in einem Boot sitzt, dass die Kostendisziplin vor allem halt auch gelebt wird, will ich mal sagen, im Unternehmen. Und das finde ich durchaus ganz smart, das macht About You gut. Ich habe mir einige Podcasts von den Gründern angehört und es ist wirklich so, dass sie halt auch sehr, jetzt nicht weit oben fliegen und nur noch erste Klasse, sondern sie buchen Hotels, die auch bezahlbar sind. Also es gibt, glaube ich, so eine About You-Richtlinie, dass man maximal 100 Euro ausgeben darf, je nach, was ich auch gut finde, was im Prinzip auch diese Kostengedanken vorlebt. Darüber hinaus gibt es noch so ein paar für uns als Aktionäre wichtige Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, dass die Gehälter von About You eigentlich im Schnitt der Peer Group liegen muss. Das heißt, man vergleicht sich da klar mit Zalanto, aber auch mit Auto 1, mit den ganzen dynamischen Unternehmen, die wir haben. Und hier möchte About You nicht führend werden, sondern sie möchten die besten Leute kriegen mit einem deutschlandlichen Gehalt, weil man auf der anderen Seite halt eine bessere Unternehmenskultur bieten möchte, darüber hinaus viele Freiheiten, eigene Ideen umzusetzen. Und man möchte die Mitarbeiter halt auch mitnehmen und sagen, hey, wenn du mit uns was aufbaust, hast du entsprechend davon auch die Möglichkeit, dich im Unternehmen weiterzuentwickeln, aufzusteigen und schlussendlich Schritt für Schritt immer dazuzulernen. Also, Herr Betzensberger, wie Sie schon gesagt haben, der Tarek Müller ist investiert, Sebastian Petz ist investiert und Hannes Wiese, also alle Gründer. Und alle Gründer waren vorher auch schon als Unternehmen mehr aktiv, was für mich auch wichtig ist. Darüber hinaus hatten Sie kurz Otto angesprochen. Otto bietet natürlich auch die Möglichkeit, dann gewisse Synergien zu nutzen. Am Anfang hatte ich gedacht, About You wurde eigentlich nur gegründet, um den Lieferdienst Hermes auszunutzen, beziehungsweise ein bisschen besser auszulasten. Aber mittlerweile geht man da schon einen Schritt weiter und ich kann mir vorstellen, dass About You eigentlich im Konzern ein wichtiges Zukunftspferd ist, dass die hier, also die ganze Familie Otto da einiges drauf setzt und auch dem Unternehmen ermöglicht, halt ihr Netzwerk zu nutzen, vielleicht auch die Skaleneffekte oder bessere Einkaufskonditionen zu bekommen bei Lieferanten. Das ist halt eigentlich ganz smart gemacht. Abschließend werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf den Aktienchart. Da haben wir jetzt keine lange Historie sehen, aber dass der Kurs hier eben etwas zurückgekommen ist. Um die 20 Euro, eine Bewertung von 3,5 Milliarden Euro. Jetzt hatten wir schon ein paar Zahlen auch gesehen. Herr König, Sie sind langjähriger, erfolgreicher Analyst. Abschließend, wie schätzen Sie die aktuelle Bewertung der Gesellschaft ein? Also ich finde es durchaus spannend, dass das Unternehmen zurückgegangen ist, knapp um 20 Prozent und die Wachstumszahlen eigentlich wie erwartet, beziehungsweise noch leicht nach oben verschoben wurden. Und dann hat man irgendwo, wenn man es sich anschaut, ein Kursumsatzverhältnis von ungefähr zwei. Wenn jetzt jemand sagt, hey, es ist ein Handelsunternehmen mit einem Kursumsatzverhältnis von zwei, dann ist das für mich jetzt nicht unbedingt eine Sache, die mich anschreit, wenn nicht dieses Wachstum da wäre und auch die Möglichkeit, die Margen auszuweiten durch den Bereich Software as a Service und, und, und. Und dahingehend muss ich sagen, wenn die weiter wachsen, also mit 50 Prozent, hat man ungefähr in anderthalb Jahren dann ein Kursumsatzverhältnis von eins und dann ist es absolut fair bewertet. Also, gesamt muss man wirklich festhalten, die Bewertung ist schon noch ordentlich, aber aus meiner Sicht fair, wenn man berücksichtigt, dass halt im Konzern auch sehr margenstarke Segmente vorhanden sind, die jetzt auch sehr dynamisch wachsen, auch mit über 100 Prozent, und man dann hier entsprechend auch langfristig die Marge steigern kann. Im Einzelhandelssegment wird es wahrscheinlich um die Wiederkaufrate gehen, die muss gesteigert werden, dann kann man profitabel sein. Zalando hat das gezeigt, dass man da ordentlich profitabel sein kann. Bei Zalando liegt die, glaube ich, dick über 80 Prozent, diese Wiederkaufrate. Bei About You wird die Schritt für Schritt wahrscheinlich auch dahingehend fokussiert und da sich annähern. Und dann bin ich gespannt, wo das Unternehmen am Ende rauskommen kann. Aber aus meiner Sicht gegenwärtig schon ein attraktiver Zeitpunkt, über die Aktien nachzudenken, weil das Wachstum enorm ist, die Marge Schritt für Schritt gesteigert werden kann und auch immer wieder Zukunftsthemen bespielt werden. Und man da auch eine Kultur etabliert hat, die jetzt nicht sagt, du darfst keine Fehler machen. Nein, das Unternehmen oder die Mitarbeiter müssen Fehler machen. Es muss bloß in einem gewissen Rahmen gespielt werden. Und man muss aus den Fehlern lernen. Und wenn das vorhanden ist, dann kann About You mit seinen Influencern, mit seiner Technologie und auch mit den neuen Kunden, die im Prinzip die Technologie auch für sich benötigen, weiterhin stark wachsen. Schnitt von 50 Prozent. Und dann ist ein Kursumsatzverhältnis von zwei aus meiner Sicht fair. Ich denke, wir können festhalten, eine spannende Gesellschaft und möglicherweise aktuell gute Einstiegskurse. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Wie immer soll dieses Video natürlich keine Anlageempfehlung darstellen. Bevor wir schließen, Herr König, Sie haben einen tollen Podcast gestartet. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen. Wir können es ja auch mal einblenden. Vielleicht können Sie kurz noch erklären, vorstellen, wen Sie da so interviewen für alle, die da noch nicht vorbeigeschaut haben. Selbstverständlich. Also die Erfahrung als Fondsmanager hat mir deutlich gezeigt, dass es wichtig ist, mit Gründern zu sprechen aus mehreren Perspektiven. Eine Perspektive ist ganz klar. Unternehmen, die Gründer geführt sind, haben langfristig eine bessere Rendite. Da gibt es auch Statistiken, beziehungsweise auch, wenn man sich die DAX-Unternehmen auf Familienunternehmensbasis anschaut, dann sieht man da auch eine deutlich bessere Rendite als zum Beispiel reine DAX-Unternehmen. Also wo jemand da ist, der Gründer geführt ist, der auch Anteile hält, dann kann man sagen, sitzen die Aktionäre in einem Boot wie das Management und kann langfristig davon profitieren. Darüber hinaus ist es mir auch wichtig, von Gründern zu lernen, neue Technologien zu lernen. Und so habe ich einige Gründer bei mir im Podcast, wie zum Beispiel der Dr. Kuhn kommt jetzt demnächst von Vakutec. Sehr spannender Gründer, der sich auf Wärmedämmstoffe konzentriert hat und hier auch eine große Rolle gespielt hat beim Corona-Impfstoff. Darüber hinaus noch kleinere Gründer mit großem Potenzial, die ich halt probiere zu interviewen, zu schauen, wie ist der ihr Geschäftsmodell, wie sind die Gedanken, wie ist die Lebenskultur. Und so kann man Schritt für Schritt auch lernen. Und wichtig ist mir auch, dass man eine bessere Gründerkultur schafft in Deutschland. Wir brauchen mehr Gründer, denn diese sorgen dafür, dass das Land an sich wettbewerbsfähig bleibt. Und das wäre super nett, wenn ich da einen kleinen Beitrag mit meinem Podcast Gründerkrips dazu geben kann. Das würde mich richtig freuen. Und ich denke, das passt ja auch ganz gut zum heutigen Video und hoffentlich noch vielen weiteren eben zu IPOs, zu jüngeren Unternehmen, wo auch eine Verbindung noch zu den Gründern stark da ist. Und da freuen wir uns natürlich über viele weitere Videos. An alle, die das Video sehen, wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like da lasst und natürlich dann beim nächsten Mal vorbeischaut. Herr König, vielen Dank abschließend nochmal für Ihre heutige Einschätzung zu About You. Gerne, hat mich sehr gefreut. Alles Gute.